Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich wieder ein Rye Challenge, hu hu hu. Also hier haben wir den Wild Turkey Rye 101, 50,5%. Hier haben wir Old Overhold, 40%. Hier haben wir den Knob Creek Rye, 50%. Hier haben wir denn da Rock Town Arkansas Rye mit, da war ich nicht sicher, 46%. Noch ein kleines Sample, ihr seht die Flasche da. Hier haben wir den 1776 James E. Pepper Straight Rye Whisky, 50%, 90% Rye und ganz hier zu meinem rechten haben wir Lot 40, 43%, allerdings 100%ig Roggen Whisky. So, ich habe sie vorhin schon in meinen Gläsern hier reingetan und ich möchte sie erst einmal von meiner Nase einfach genießen. So, was sagt mir mein Wild Turkey? Mein Wild Turkey sagt, gu 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 gu, ich bin schwach, ist falsch ausgedruckt, aber ich bin hart. Also das Zeug ist sehr viel Alkohol, sehr jung. Old Overhold. Das ist als ob ich in der Bäckereistube wäre und würde ranriechen an frisch geknetetes Roggen Rye, also Roggenteich. Absolut gefällt mir sehr, sehr gut. Norb Creek Rye. Eine Mischung zwischen den beiden, viel mehr Alkohol, kam an meine Nase dabei raus, aber Roggen war dann da zu erkennen. Also Rock Town Arkansas Rye, in der Whisky Bible 2016, 95 Punkte hat es abgeschnitten und ich rieche denn da sowas von junges Zeug. Also diese typische Rye, was noch nicht lang im Fass war oder zu schnell gereift wurde. So, 1776 Straight Rye Whisky. Der riecht süßer, obwohl er 90% Roggen anteilig ist, aber da kommt viel, viel mehr Gewürzigkeit dadurch und was ich immer wieder dabei habe, ist eine Art, statt Cedar sage ich heute Süßholz. Es gibt ein Tee, ein Tee, ein Süßholztee und da ein bisschen davon habe ich in der Nase. Sehr sehr pfeffrig, sehr nelkig, sehr, sehr weihnachtlich. Und am Lat 40 Canadian Rye Whisky. Süß, Roggen, weich. Heute würde ich sogar sagen Understatement. Er hat mich nicht in meiner Nase vollkommen absolut überrascht. Also, wenn ich wirklich ehrlich bin, würde ich fast sagen, 1776, Old Overhold, Lot 40, Knob Creek, Wild Turkey, Rock Town. So würde ich sie in meiner Nase denn da bewerten. So, da wir fangen immer unten an, sage ich einfach mal zu Rock Town. Ich habe schon eine Ahnung, wie das schmecken wird. Wow, ist das Zeug jung. Also, ähm, eigentlich muss ein kleines bisschen Wasser jetzt hier dazwischen. Ähm, das Zeug ist so, der Roggen, der, der malzte Roggen kommt so stark durch. Ähm, nicht mein Ding. Also, ich habe es hier drin genommen. Ich wollte, ich habe meine bisschen Sample noch übergehabt und dachte, ach, warum nicht? Nicht mein Ding. Wild Turkey, einfach oben drauf. Komm, wie es einfach gehört. Gehört für Wild Turkey. Zweierlei kommt zum Vorschein in meinem Mund. Eins, ein Alkohol, der bissig ist. Und zweitens, meine Mund zieht sich ein bisschen zusammen. Da sind Tanninen, die da drin sind. Wild Turkey, Ryan, du und ich werden da pur, neat, nicht unbedingt große Freunde werden. Also, machen wir jetzt hier weiter. Ähm, Knob Creek war Nummer 4, wenn ich das im Kopf richtig da hatte. An der Nase, nicht schlecht. Auch da kommen einiges an Tanninen dazu. Sieht mein Mund ein kleines bisschen zusammen. Diese Roggen-Anteile, die da sind, sind würzig. Aber trumpfen nicht. Ja, Alkohol ist weicher. Eindeutig besser. Hundertprozentig besser. Aber immer noch nicht, wie es sich eigentlich so gehört. Bisschen Wasser. Lot 40. Kanadische. Small Batch. Nase ist echt gut im Mund. Ganz, ganz anders. Wow, da kommt viel Roggen durch. Ganz anders als hier bei Rockwood. Rockwood war ein junges Rye. Das ist ja ein greiftes. Aber doch, es ist, es ist, es kommt total zum Vordergrund. Mh, ist das gut. Wow. Auch im Abgang ist da viel, viel, viel Roggen da drin. Viel Gewürzigkeit. Mh, aber was ich hier beim Old Overhold immer wieder habe, ist dieses Teich, Roggen-Teich. Und hier habe ich fertig gebackenes. Also, als ob ich wirklich hier einen großen, ich habe es noch nie gehabt, aber auch als ob ich einen großen Roggen-Bretzel hier hätte, würde daran genüsslich das Essen. Oh, ist das gut. Ja. Dann gehen wir hier zu Old Overhold. Bisschen schwach auf der Brust. 40% nur. Three years old. Also drei Jahre alt. Steht auf der Etikett hier drauf. Der Alkohol ist, ähm, schwach. Das ist im Grunde gut. Der beißt nicht. Am Roggen kommt durch. Allerdings nicht ganz so intensiv wie hier. Mein zweit Favorit. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf. Bisher. Nun haben wir unser Geheimkandidat. Unser 1776. Ähm, Straight Rhy, 90%. Was sagt mein Mund? Eine Sekunde. Ich muss doch einmal was trinken. Fairness halbe. Da bin ich gespannt. Kann er mithalten oder nicht? Die Nase ist echt cool. Da komme ich wirklich auf diesen Süßholz momentan. Ich habe es früher, vorher in zwei Videos, habe ich es als Sederholz, aber nicht hundertprozentig. Und es ist eher ein Süßholz. Würzig, 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 pfeffernuss und, ähm, Süßholz. Das ist eine total gute Kombination. Im Mund 50%. Hot. Also, das kann ich fast mithalten mit dem, ähm, Wild Turkey, von wegen, wie viel Alkohol da ist und wie jung das so ist. Nee, bleibt auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also, Jason, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners sagt, wenn du nach einer Rye Whisky Ende 2016 suchst. Ich möchte vorschlagen, Lot 40. Kostet auch um die 40 Euro. Kanada. Ja, relativ neu auf dem Markt. 90% gemalzten Roggen, 10% nicht gemalzten Roggen. Absolut ein Traum. Etwas, was ich irgendwie für, äh, übersehen habe. Ähm, Old, Overholt. Und, drei Jahre alt, 40% ist richtig, richtig gutes Zeug. Also, hier habe ich, ähm, sogar eine 1 Liter Flasche ist das hier, gekriegt. Und, ähm, wirkt wie 1 Liter, genau wie das 1 Liter ist. Und, das war hier, ach, 30, 36 Euro, keine Ahnung mehr. Sehr, 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 sehr gut. Knob Creek Rye, 50% Alkohol. Und jetzt gehen wir ein bisschen Richtung Tannin. Ein bisschen zieht sich im Mund zusammen. Aber, vom Geschmack her, sind die beiden Roggiger. Ein Wort, weiß ich nicht. Das ist hier einfach mal eine gute Mischung zwischen Alkohol und Roggen. Ähm. Wie Nordkrieg sein sollte, entwickelt sich schon ein bisschen mit der Zeit. Danach kommt hier unser, ähm, James E. Pepper 1776. Ich war ein bisschen und bleib ein bisschen davon enttäuscht, wie viel Pfeffer da drin ist, wie viel Hitze da drin ist, wenn ich daraus trinke. Das Interessante ist, dass am Anfang es relativ würzig und mild ist. Aber dann kommen die Krallen raus. Und da explodiert diese Wärme, diese Hitze, diese Pfeffer im Mund. Das gefällt mir nicht so gut. Wild Turkey 101. Kein Wunder, dass am Ende ist. Und dann ganz, 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 ganz abgeschlagen. Für mich auf jeden Fall. Denn das gehört nicht irgendwie in diese Liege da rein. Das ist diese neue, wilde, diese Rocktown, Straight Rye. Entschuldigung. Arkansas Rye, nicht Straight Rye. Ähm. Eine Big Leagues. Also hier Bundesliga. Und das gehört eine Regionalliga. Also eines Tages wird das Zeug genial sein. Aber noch nicht. Wer eine sehr frische, wer eine sehr junge Rye Whisky probieren möchte, damit ist er absolut hier richtig am Platz. Aber hier in diesem Vergleich gehört er nicht dahin. So. Das war meine Meinung. Vielleicht ist deine Meinung ein ganz anderer dazu. Ich möchte am Ende, falls irgendjemand so weit denn doch geschaut hat, was anbieten. Also von diesen vier habe ich noch relativ gut. Was ich machen kann, tatsächlich ist es ein Blindverkostung. Ich tue, also mein Lot 40 ist hier auch nicht ganz so viel mehr da drin. Ähm. Dofe Idee. Lass uns das wegschneiden. So, Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Das war meine Idee. Vielleicht hast du auch eine ganz tolle Idee. Vielleicht fehlt etwas hier in meiner Auflistung von ganz tollen Rye Whiskys. Das sind die, die ich momentan hier habe. Deshalb habe ich sie getestet. Es gibt andere, denn Bullet 95 habe ich nicht da drin gehabt. Also Jim Beam Rye habe ich nicht drin gehabt. Masterson habe ich nicht da drin gehabt. Cody habe ich nicht drin gehabt. Und, 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 und. Aber du sagst, hey Jason, wie ist das miteinander? Werden wir sehen, was ich testen kann, was ich probieren kann, was ich genießen kann. Okay, gut. Tschüss und bis demnächst. Tschüss. 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 Vielen Dank.